Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir stimmen am 28. Februar über die Volksinitiative keine Spekulation mit Nahrungsmitteln ab. Die Initiative will spekulative Geschäfte mit Finanzinstrumenten, die sich auf Agrarrohstoffe oder Nahrungsmittel beziehen, in unserem Land verbieten. So soll der Hunger weltweit bekämpft werden. Die Initiative spricht ein sensibles Thema an. Hunger und Nahrungsmangel verletzen Menschenrechte. Ihre weltweite Bekämpfung ist ein wichtiges Ziel der Schweiz. Der Bund engagiert sich seit Jahrzehnten intensiv und mit grossem Engagement gegen diesen Hunger. Die Initiative, über die sie entscheiden müssen, ist für die Bekämpfung des Hungers ungeeignet. Sie könnte den spekulativen Handel mit sogenannten derivativen Finanzinstrumenten, die sich auf Nahrungsmittel beziehen, nur in der Schweiz verbieten. In der Schweiz gibt es aber keine Börse für solche Instrumente. Der Handel damit findet auf Handelsplätzen im Ausland statt, beispielsweise in den USA. Die Schweiz hat darauf keinen Einfluss. Derivate sind aber auch nicht einfach negativ. Sie erlauben es Bauern, Produzenten und Händlern nämlich, sich gegen künftige Preisschwankungen abzusichern, die zum Beispiel durch Dürren oder Unwetter verursacht werden. Auch viele in der Schweiz ansässige Firmen, die auf internationalen Handelsplätzen aktiv sind, sichern sich mit solchen Instrumenten ab. Würde die Initiative angenommen, müsste bei jedem einzelnen betroffenen Unternehmen geprüft werden, ob es solche Instrumente zur Absicherung im Ausland verwendet oder nicht. Die damit zusammenhängende neue Bürokratie brächte Kosten und Einschränkungen für die Unternehmungen. Diese müssten wohl ins Ausland ausweichen. Damit ist auch gesagt, dass Schweizer Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Nicht nur direkt betroffene Unternehmen bekämen die Auswirkungen zu spüren. Das Verbot stellte auch einen starken Eingriff in die für den Wohlstand wichtige Wirtschaftsfreiheit dar. Die Unsicherheit über die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unserem Land würde zunehmen. Die Initiative hätte für den gesamten Wirtschaftsstandort Schweiz eine negative Signalwirkung. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lassen Sie mich zusammenfassen. Die Initiative ist gut gemeint und spricht mit dem Hunger ein wichtiges Problem an. Die bewährte Entwicklungszusammenarbeit ist weiterhin unser Instrument für die Bekämpfung dieses Hungers. Die Initiative ist kein geeignetes Mittel zur Bekämpfung von Hunger. Im Gegenteil, mit dem zusätzlichen administrativen Aufwand gefährdet sie Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, weil Unternehmen uns wohl den Rücken zuwenden müssten. Und das in wirtschaftlich nicht gerade einfachen Zeiten. Bundesrat und Parlament empfehlen Ihnen deshalb, die Initiative abzulehnen.